so so das war es gewesen Kollegen ihr hättet auf mich hören sollen ihr hättet euch nicht mit mir anlegen sollen Punkt, Aus, Ende so, oh, was ist das denn das schöne Sheriff Star Coins hat sich auf jeden Fall gelohnt dieser kleine Umweg hier so, und was haben wir hier achso, hier geht es dann weiter soll ich da runter muss ich da runter ich mach es einfach mal ja, hat sich gelohnt definitiv so und klingen 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 und her mit den Moneten Dankeschön und hoch geht's Tür bitte auf Rang die mischen gemis am gemis am gemis am gemis am gemis am gemis am morgen wo bleibt mir fern alter hilfe das sind professoren die mit katakan ausgesparte finisher so wie soll es denn anders sein auf einmal geht der alarm los und wir sind natürlich mittendrin hey whoa 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 so das geht jetzt wahrscheinlich das ganze spiel so die ganze zeit wieder so ein nerviger alarmton ach was das denn scheiße noch mal runter und dankeschön lasst die zugbrücke runter alles klar mache ich aber erst mal oh das sollte ein safe darstellen oder so etwas in art fein erst mal versuche ich hier irgendwie mal ein bisschen den alarm auszuschalten aber das wird wohl nichts ach so noch eine kombination sehr gut zugbrücke geht hin und der ja ja nee ist klar ist klar wenn es einmal glatt laufen sollte sag ich bescheid was passiert hier noch irgendwas passiert hier noch irgendwas da ist zugrücken steuer ooo ooo auch so schnell getan Äh, noch einmal, ne? Bäm, Zugbrücke unten, der Tag ist gerettet. Das Salz erschneiden hat dich 20.000 gekostet. Oh. Oh, mein Ziel ist es jetzt zu fliehen. Oh, 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 oh. Ob das wohl gut gehen wird? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Hä? Da muss ich irgendwie hin. Ach so. Sehr gut. Ein Sheriff's Door, yeah. So, und. Jetzt geht es da entlang. Und jetzt kommt 20 Kusack, äh, nee, hier. Viecher, Jackals und bla, hintereinander, direkt nebeneinander. Oh, der Alarm hat endlich aufgehört. Oh, Freude. Äh, endlich wieder ruhigere Spielen hier. Hm, wieso auch immer jetzt diese Tür von alleine aufgegangen ist. Ich dachte, ich überrasche jetzt mal einen von der Seite und dann Bäm, 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 hau ich den kaputt. Aber nein, leider ist das nicht so. Oh. Kling. Wow. Leck mich fett, Alter. Hö. Hö. Finisher. Ich finde den Move irgendwie cool. Ich finde den Move irgendwie cool. Na, das ging doch. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie viele Lebenspunkte ich noch hatte. Oh, nochmal vier. Na, komm. So. Das ging doch ab. Hoffe ich doch. Hm. Hier gibt es noch ein paar Stellen, wo man lang gehen kann. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Hm. Wow, ich habe das erst mal über 100.000 Dollar. Sage ich mal. Ich denke mal, das sind Dollar. Ah, gut. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Hui. Vertikal abherparieren. Die Richtung, um rotleuchtende Angriff abzuwehren. Sehr gut. Sehr gut. Alter, ist das anstrengend. Mein Arm. Mein wunderschöner Arm. Oh, es wird langsam dunkel. Und so. Jetzt erst mal hier durch. Ups, zu spät. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich ehrlich zugeben. Aber. Mal schauen, was wir hier jetzt so gleich haben werden. Was hier drin so abgeht. Vielleicht ein Bosskampf oder so. Das wäre alles. Nur nicht lustig. Hm. Speichersequenz. Na ja. Meinetwegen. Mal schauen, ob das ein Kriegskollege ist. Okay, jetzt wird es glaube ich schon ein bisschen anstrengender. Oder besser gesagt unangenehmer. Ja. Da unten steht er. Shinjiro. Wow, wow, wow. Na komm. So. Was jetzt, Kollege? So. So. Die Guillotine hat gesessen. Hoppla. Eine echt coole Zwischensequenz. Toll, wieso bin ich jetzt schon wieder hier unten? Oh nein, ich will nicht in deinen Dojo zurück, du alter Sack. Was gibt es denn dort überhaupt? Nichts. Nichts. Auch nichts. Na gut. Dann geht er eben wieder zurück in Dojo. Na los, geh auf. 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 Vielen Dank.